So, Freunde der Nacht. Es ist wieder Sonntag. Freude. Die Freude ist groß. Die Freude ist groß. Wir dürfen wieder wandern. Es ist schweinekalt geworden. Wir mussten wieder die Winterjacken aus den Schränken holen. Und wir haben uns eine wunderbare Tour in Rinteln ausgesucht. Die Anfahrt war ein bisschen über Land. Der Navi hat uns irgendwie komisch geführt. Aber wir sind dann doch angekommen. Jetzt geht's los. Heute mit ihr beide. Ich weiß nicht, wir müssen schneller werden. So, dann wollen wir loslegen. Das ist schon ganz gut. Das sag mal. Da hat ja auch irgendwie keiner mit gerechnet, dass das nochmal so richtig kalt wird. Das ist doch ein bisschen schneller, dann wird es doch noch warm. Ja, da geht man gleich querwild ein hier. Ja, da muss ich wahrscheinlich scheiße sein. Das ist doch ein bisschen schneller. Ja, da geht's. Das ist doch ein bisschen schneller. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Da geht's. Da geht's. Ja, da geht's. Alter, was ist denn los hier? Weiß ich nicht, die Uhr ist die ganze Zeit am Vibrieren. Es gab ein Update. Wenn der jede Etage am Zählen ist und dann vibriert, was ist denn das denn scheiß? So. 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 Mal gucken, wie viel. Das nächste Highlight war glaube ich so eine Hütte, die erste. Mal gucken, wie die aussieht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen lang, dann gleich hoch. Ah, das ist wirklich gut. Was sagst du? Das sind frische Spuren, ja. Auf der Oudliefer keine Alfa Fresse hier. Ja. 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 unspektakulär an hier. Das ist aber schon die Schutzhütte. Ich verstehe, wir können mal kurz gucken, was da ist. Soll ich mit dem einen H+. Soll es schon das. Ich habe einen H. Ich habe mich darauf gesprochen, dass ich uns sehr mein Herz war. Soll ich den H. Ja. Das ist ein Eisseppchen. Hä? Was haben wir hier denn? Bundeseigentum. Trupp und Uhrzeit. Was haben die denn? Ist das hier so eine... Bundeseigentum? Ja. Uhrzeit. Und da war's. Kann er noch ein Schnitzel hier? Nee, möchte ich auch nicht zum Lutschen haben. Kannst du behalten. So dreckig wie der ist. Boah, Mann! Boah, Mann! Kannst du mal drehen. Wieso das denn? Die Technik spielt heute verrückt. Eine Uhr wehblät die ganze Zeit. Die geben dir so auf den Sack. Das geht noch vorne ab. Das ist ja auch nicht. Was willst du sagen, wenn wir unsere erste Tour in Grün lang machen, Mensch? Bei minus 40. 40! 40! Ja. Ja, stimmt. 1T ist das ja. Minus 2. Ist ja gar nicht so kalt, ne? Aber durch den Wind. Durch den Wind, ne? Minus 7. Ja. Mindestens. Mindestens. Ja. Meine Banken, ich bin ja richtig. Ja. 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 Ich hab heute extra die Norweger-Creme aufgelegt. Ich hab immer noch unsere... ...geboten an. Ja. Ja. Von vor vier Wochen oder so. Immer schön gleichmäßig hoch hier. Der Weg. Der Weg. Jägen! Ja, ich würde jetzt... Jetzt durch die Böden, ja? Ja. ... ... ... ... Ach, ich würde schon mal gehen. Das war's. Heute wird auch nie so viel durch die Gegner. Es ist den Leuten zu kalt. Das war's. 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 Unser Hünenburg. Wahrscheinlich haben wir die wieder übersehen. Wo ist es? Bei der Schutzwункel. Ok. Da. Aber da war ja nichts tolles dann. Zumindest im Winter nichts tolles. Ich hab nichts besonderes gesehen. Einige Ohren. Nicht berg hoch? Nein, sonst war es nichts. Überwacht links. Ich brauche den Schütz. Was brauchst du? Ich habe das Tram gebunden. Ach so. Das sind doch die Scheiße bei der Kirche. Das stimmt. Ich brauche den Schütz. Ich brauche den Schütz. Ich brauche den Schütz. Ich brauche den Schütz. 22 Minuten. Ich brauche den Schütz. Ich brauche den Schütz. Es ist besonders kalt heute. Ich brauche den Schütz. 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 Ja. Ja. Kannst du das Mikrofon nur einstellen? Immer so leise. Ja, aber sonst ist das zu laut. Weißt du mal. So laut und leise. Soll das passieren. Das ist aber ganz schön perfekt hier. Hat es ja aufgekriegt. Mach mal ein Foto davon nachher. Alles klar. Himmel, die Berge. 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 Ich muss sagen, unter der Jacke bin ich schon wie am schwitzen. Ich hab nur ein T-Shirt hier unter. Ja, weil ich meine Maschine läuft und läuft und läuft. Immer auf volle Touren. Soll das. Jetzt gucken wir wie die Schneider zum Fahrrad, bis zum Fahrrad mit dem Fahrrad zu haust. kilometer im Fahrrad zu fahren. Es geht wieder. Auf dem Fahrrad zu fahren. Ja, wir laufen rumherum um den Gipfel. Gipfelumrundung. 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 Deutschland, 10.30 Uhr, die Frisur steht. Oder wie heißt das? Ne, die Frisur sitzt. Die Frisur sitzt super früh. Da wird das Gesicht richtig durchblutet. Hat sie gerade da angehört, ne? Not die Frisur ist. Hier, hättest du mal ne Mütze mitgenommen. Was hast du? Ja gut, wenn die hinten im Rucksack ist, dann ist sie natürlich... So weit sind wir. Ich hab ja Haare aufm Kopf. Ach so. Ich hab ja Haare aufm Kopf, oder? Ja. Soll ich die abschneiden? Oh, guck mal, da unten der Ding ist es. Guck mal, wo ist es? Wie ein Börster. Können sie noch aufbauen. Hier, ich glaub war der das hier? Guck mal, wer das jetzt um den kippt. Oder der. Weil hier sind so viele. Ja, ehrlich gesagt. Der ist aber frisch hier auch. Ja, das mein ich ja, das liegen ja. Also es ist noch nicht so... Kann sein, dass es nur ein Stückchen abkommt. Wir müssen heute ein bisschen besser aufpassen. Ja. Ja. Aber du weißt, dass es nicht normal war. Hier, da. Ja. Da musst du aufpassen. Warte. Ja, das denk ich ja. Aber man sieht wieder, was man heute wieder alles erleben kann. Ja, hier oben, der sieht's auch schon so. Ja, wir gehen am Pass lang. Da unten liegen auch Leichen. Ja, ich find das auch Mist. Muss ich eingestehen. Die Ohren fangen an zu blühen jetzt. Na gut, das raff ich jetzt nicht durch die Mütze. Aber... Ist schon okay. Schön ist's hier. Schön. Weiß und grün. Alles zusammen. Ja. 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 Ich geh mal davon aus, dass wir einen Pass hoch müssen. Oh, das soll nicht verhalten haben. Ich muss hier raus. Gut. Ja. Wir können D chercheure Kim. Wie ist es nicht? Herr Wentz. Hattest du hier gut. Gaique aufmerkt. Vische Iron. Was ist denn? Wolltest du am Schnee lutschen oder was? Oder löffeln? Den neuen Gimbal hab ich noch mal geguckt gehabt, aber da gibt es noch kein Angebot. Ich glaube, ich werde da den vollen Preis bezahlen müssen. Ja, das ist es. Auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich auch keine 30-40 Euro. Jetzt haben wir Akkus auf hier. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt kommen. Wenn die raus, der hier ist immer blau. Ja. Das wisst du, ne? Ja. Das ist doch. Das ist doch. Ja. Super Sache. Ja, von Huawei ist jetzt ein neues rausgekommen. Sollte jetzt eigentlich am 19.03. rauskommen. Ja. 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 Mit einer heiße Sohle laufen wir. Ja. 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 Ich hab nicht gewusst, dass der Sauerstoff braucht, der kleine Finger. Aber was man sagen muss, wir sind heute hier. Wir haben 300 Kilometer noch keinen Weg gesehen. Das wohl kommt. Toi, toi, toi. Ja. Ja. In. 14 Meter rechts rum, ich denke das ganze wird dieser Weg sein, einmal um die Bergspitze Also, heute eher eine ruhige Wandertour Thomas hat uns ja schon enttäuscht für nächste Woche, da freuen wir ja lieber dem Alkohol, dem gesunden Leben, dem Berge Du musst dich um deine frisch vermehrte Frau kümmern, das ist, glaube ich, besser Ich denke, am Samstag ausruhen, am Sonntag lassen wir es ruhig angehen, parken das Auto Wir müssen doch ein bisschen springen heute, zwar nicht so, also, da muss ich ja sagen, das war letzte Woche ja egal, also das muss ich sagen mit dem Klettern da Das fand ich schon nicht schlecht Ja, unsere erste heute Anja, das wäre was für dich gewesen Anja, hier, jetzt hätten wir mal alles zeigen können hier Anja, hat doch letztes Mal super gelaufen Ich bedenke, wie das Phantom uns enttäuscht hat Aber was Spaß macht, ist hier so schön, die Samzinen hier rum und hoch und runter, ne? Das ist schon nicht schlecht, ja Und dann irgendwann mal nach 5 Kilometern zur Bergspitze führen würde Dann noch mit einer schönen Aussicht belohnt werden Ja, und dann noch mit einer schönen Aussicht Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja, wir schlafen aus dem Berg Hallo, der Himmel ist blau, da kann ich schnauern Alter, Achim, 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 wie war das eben, du willst ja heute keine Beine brechen, ne, komm. Denk an das Risiko. Der große ist gelb, das seh ich von hier. Achim, achim, warte, 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 bleib da oben. Ach, scheit, so, zack, gut. Brennholz. Guido sagt, wir sollen das mitbringen als Brennholz. Will ich machen? Ne, endlich. Der ist ja äußerst, ich spitz zu oft. Willst du mich jetzt hier stechen? Ja, Achtung, 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 er will mich umbringen. Tja, und kaputt gemacht, super. Ja, alles für die Katz. So, was gibt's heute an zu essen, hast du noch gar nicht erzählt? Keine Ahnung. Die sind ja nicht gekocht. Das ist der letzte von gestern, doch, gestern? Ja. Wie ein Rezept, ne Urfisch, aber zuerst mit Lamm machen. Ja. Ja, ich bin auch kein Lamm-Freund. Das Risiko macht man nicht mit. Das war auch nachher gut dabei. Ja. Das ist mein Bruderbrot, ich hätte eben Brot geholt noch. Bisschen Bruderbrot, weil das nicht so. Okay. Das ist ja eh um vier Röder weg. Ja, ja. Was haben wir hier denn? Der Bunker? Die Sonne brennt. Futtergrippe. Wie eine Futtergrippe. Wie eine Futtergrippe. Was denn? Ja. Na dann. Na dann. Na dann. Ja, schon bis dann. Hier. Belüftung. Belüftung. Ja. Belüftung. Ja. Belüftung. Belüftung. Ja. Ja. Ja, komm, dann gehen wir nochmal runter. Ja. 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 Bestand Bünde. Bünde. Ja. Ha 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 ha. Ja. Ja, so macht man sich günstig hier Highlights. Ich glaube, das ist... Die haben hier so eine Dingensjagd gemacht. So eine Schnittejagd ist das hier. Ja, machen wir ja jede Woche. Ja. Polen, was ist das denn? Klingt bei einer Musikanten. Na ja, Hohenrode halt, ne? Das ist aber nur was für Wanderer, die Futter dabei haben, ne? Ach so. Also ich hab kein Futter dabei. So sind nur Getränke, also. Wasser.